Ja, unsere Weiterfahrt nach Carnarvon. Erstmal einen kleinen Halt wieder an einem Roadhouse gemacht. Jetzt geht's gleich weiter nach Carnarvon. Es sind noch ca. 130 Kilometer. Na, wir haben ja ein kleines Problem. Wir lösen das gerade und melden uns gleich wieder. Ja, jetzt sind wir ein bisschen die Umgegenstraße gefahren und dann kommt der Weg nach Carnarvon. Ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Wir haben am ehesten keine lebendigen Schlangen sehen. Am ehesten sind einfach tot. Und das ist ein bisschen.